Hey Bruder, wer ist eigentlich dieser als Astrid-TV, von dem wir die ganze Zeit reden? Wo steckst du? Wo kann er nur stecken? Wo bist du? Wir haben ein Problem. Schauen Sie sich das an. Mann, er war der YouTuber. Gleich zu setzen mit niemandem. Kommandant. Zudem wusste nicht meiner, wie er aussah, bis er verschwand. Er ist der Letzte auf YouTube, der uns Hoffnung gibt. Und er weiß ganz genau, was auf dem Spiel steht. Auf deinem Kopf sind eine Million Berges. Und die werde ich mit nach Hause nehmen. Wo ist dieser eine Million Special Land? Ich hab dir was mitgebracht. Nusslecker. Weißt du, was dieser Playbutton macht? Er bringt uns zum heiligen Nussknack. Wieso? Bruder, warum läuft ihr denn jetzt? Wollt ihr mich verarscht? Wollt ihr mich? Wollt ihr mich auf? Aggi, wollt! Stopp! Es bleiben alle im Raum außer... Die Ziger!